Hallo, mein Name ist Lena und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Verbrauchsküche im VDE-Institut. Ja, wir haben dieses Jahr keinen Adventskalender für euch wie in den vergangenen zwei Jahren. Wer den vom letzten Jahr verpasst hat, wir packen euch nochmal einen Link rein, könnt ihr euch den Podcast nochmal anhören. In diesem Jahr haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet. Zum 1., 2., 3. und 4. Advent gibt es jeweils ein Video von uns mit einem kleinen Weihnachtsgeschmack sozusagen. Wir enteignen unsere Versuchsküche so ein bisschen und backen gerade zur Weihnachtszeit ein paar Weihnachtsplätzchen in den verschiedensten Elektrogeräten. Die Rezepte, die wir hier backen, findet ihr alle unten nochmal in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachbacken. Musik 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 Musik